Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Tommys Channel und freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt verrückterweise angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln und auch zu kaufen und auch gegradited zu kaufen. Vielleicht auch mal graden lassen. Ja, freut mich, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich habe hier heute die Pikachu-V-Karte. Die ist aus dem Jahr 2020, aus der Ausgabe Farben-Choc. Und es ist echt der Wahnsinn. Also ich habe mit First Edition-Karten angefangen. Jetzt bin ich dann bei Pikachu und jetzt habe ich mir eine der besten Karten zugelegt, die es gibt. Die Pikachu-V-Max-Karte. Die ist wirklich ultra, ultra selten. Ich habe gehört, dass man dafür 12.500 Euro ausgibt an Boostern, die man ziehen muss. Und das ist der Hammer. 12.500 Euro allein, bis man diese Karte bekommt. Ja, ich habe sie mir ehrlicherweise gegradet gekauft, weil ich bin nicht der, der die Karten auspackt und zum Graden schickt. Das können gerne andere machen. Ja, der Wert der Karte, der schwankt, kann ich schwer sagen. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, ob euch die Karte gefällt. Ich war natürlich sehr enttäuscht im Internet. Also auch bei Ebay, da werden ganz stark gefälschte Karten gekauft. Also man erkennt hier wirklich den Rainbow, also den aufgerauten Rainbow-Effekt an der Karte. Und hier sieht man wirklich die Echtheit der Karte. Also es gibt viele Karten, also nicht gegradete Karten, sondern normale Karten, die halt bei Ebay zu verkaufen sind oder Ebay Kleinanzeigen. Aber da sind so viele gefälscht und ich bin auch ein bisschen stolz auf die Karte, weil das ist wirklich die ultra krasseste Karte nach dem Glurak, sage ich mal. Glurak, da fahren ja auch viele drauf ab, aber Pikachu ist natürlich auch die Hauptrolle. Ja, die ist mit einer neuen gegradet. Es geht natürlich auch 9,5 und besser. Aber ich bin froh, dass ich, wie gesagt, mir die jetzt kaufen konnte. Ich kann euch auch gerne mal die Rückseite zeigen. Ich habe das mal abgedeckt, dass nicht jeder gleich sieht, welche Karte das ist. Ja, der Zustand ist eigentlich super. Also ich werde mir ein schönes Plätzchen dafür suchen. Ja, ihr seht auch die Reflexion von der Karte selbst. Also wenn man die Karte hier bewegt, dann sieht man wirklich den Rainbow-Effekt. Also das andere, was immer so schlierig ist bei gefälschten Karten, das ist der Wahnsinn. Was heutzutage alles gefälscht wird, ist halt Angebot und Nachfrage. Ja, schaut gerne euch meine anderen Videos an. Ich werde noch weitere hochstellen. Ich habe weitere Karten gekauft und werde ich euch gerne in dem Video zeigen. Und wie gesagt, gegradete Karten sind normalerweise echt. Also die Firmen, die prüfen das auch, dass die echt sind. Und wer gefälschte Karten zum Graden einschickt, der bekommt sogar eine Anzeige oder wird kontaktiert von der Grading-Firma, was das halt soll. Macht das bitte nicht. Also ja, und bitte inseriert auch nicht auf Ebay gefälschte Karten. Also das sollte man auch nicht machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne Kommentare. Ich würde auch gerne weitere Videos zeigen. Ich habe auch gegradet Pokémon-Karten, X, GX und auch First Edition. Und falls auch Bedarf besteht, zeige ich euch gerne meine First Edition-Sammlung bzw. meine Pokémon-Sammlung. Ich habe auch sehr viele V-Karten, V-Star, V-Max-Karten, Gold. Zum Thema Goldkarten, da kann ich auch was zu sagen. Aber das würde ich im nächsten Video machen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, freut mich, wenn euch das Video gefällt. Also ich bin ultra happy, jetzt diese Karte zu besitzen. Ja, vielleicht fährt der Preis auch mal auf 5 Euro. Was ich nicht glaube, dann kann sich die jeder kaufen. Aber wie gesagt, wenn man sich überlegt, man muss, keine Ahnung, 15 Displays oder 20 Displays kaufen, um so eine Karte zu ziehen. Also 12.000 Euro ausgeben oder 12.500 Euro, wenn man Glück hat. Und wenn man Pech hat, zieht man sie trotzdem nicht. Ist wirklich der Hammer, die Karte. Also das ist wirklich eine der Premium-Karten. Ja. Ich hatte sie mir als 9,5 bestellt, aber leider hat dann der Verkäufer gesagt, nee, die ist nicht mehr auffindbar oder auch schon weg. Oder er wollte sie nicht mehr verkaufen, weil die so krass ist, die Karte. Habe jetzt aber eine 9. Ja, ich denke mal, ist alles eine Frage des Geldes. Man kann auch noch mehr Geld ausgeben, um so eine Karte zu kaufen. Dann kriegt man die auch als 9,5 oder 10. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn einer eine 10 hat. Vielleicht bin ich daran interessiert. Also es ist echt eine Wahnsinnskarte. Also die gefällt mir auch super. Also macht mich echt happy. Ja, wie gesagt, schaut euch mal weitere Videos an. Hinterlasst einen schönen Kommentar. Und freut mich, wenn ihr ein Like hinterlasst und meinen Kanal abonniert. Würde mich sehr freuen. Und ja, euer Tobi. Danke, ciao.